Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben gestern zu dritt Han Showdown gespielt und dann ist uns der Siegesmund begegnet im Spiel. Und deswegen ist er hier auch im Hintergrund offen, weil ich habe ihn dann im Anschluss gefragt im Stream-Chat, er hat nämlich live gestreamt, ob ich seine Aufnahme verwenden darf in meinem Video, weil es doch eine echt gute und lustige Runde war und wir auch viel mit denen gequatscht haben. Und das seht ihr hier jetzt. Ich spiele es mal lieber ab, damit ich auf der sicheren Seite bin. Ich würde gerne das Video gegen euch hochladen, hochladen, auf YouTube. Da habe ich deine Sicht verwenden. So, du bist reingegangen. Achso. So, du warst in dem Map-Bets. Ne, ne, ne. Na ja, mach schon mal. Mach schon mal. Okay, habt ihr gehört. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Jochen ist eigentlich total behinderter Name. Ich hoffe, du heißt nicht Marc Jochen oder so. Ne, ich habe mit Jochen, außer mit dieser lustigen... Oh, Alter. Habe ich dich getroffen? Ne. Das war knapp. Was denn hier für Party? Joachim finde ich auch blöd, mein Schwanger ist... Eih. Es gibt viele Doofen, ne? Ja, ey. Nummero zwei. Und dann, Teppich aufs... Oh, ich hoffe, es devint. Bloß nichts Pitching oder Cypress. Ich weiß. Ich weiß. Hallo, Herr Papagei. Ich lege mal Fallen hier in die Tür. Sie wollte meine Sticky nicht. Sie wollte meine Sticky nicht. Fallen liegen? Nein. Nein! Der blöde Drecksack ist durch die Falle gelaufen! Ach man, der hat mein schönes Fass zerstört. So, also der Wassereingang, der ist zu mit Fallen. Oh, das ist gut. Oh, hier ist ein sensationell geil, das rotes Fass. Das kann man nicht trappen. Kann ich mal reinlaufen? Ähm, Daniel? Nein. Warum nicht? Warum? Warum nicht? Passt auf, da sind drei Fallen an drei Fässern. Aber da in dem Compound, da stehen bestimmt auch wieder viele Fässer rum. Kann man schon auch finden. Das Ding ist, das ist so ein Compound, aus dem die Leute ja nie rauskommen, wenn sie einmal unten im Keller hocken. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, es wird so sein, dass die drin hocken alle. Wir werden versuchen, jeder einen anderen Aufgang zu covern, dann pushen die zu dritt einen von uns. Ich werde derjenige sein. Ich werde sterben. Ihr werdet einfach Kids machen und dann gewöhnt die Runde trotzdem. Hat einer von euch Serpent und kann direkt die Bounty klauen? Ne, ne? Ja. Ja? Oh, das ist doch eine schöne Kombo. Das ist wirklich stark. Da muss er wirklich nah ran. Würde er sie auch laufen? Aber eher unten, ne? Ja, das klang wie oben. Aber das, ne, das ist steil. Ne, dann ist es doch unten. Ja, ich weiß es nicht. Das ist hier so ein bisschen broken. Ich vertraue dir, wenn du sagst. Ne, 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 ne. Ich vertraue mir selber nicht, weil es hier so ein bisschen broken ist. Ne, es waren auch Ketten. Das ist dann unten. Kann ich von hier oben das klauen? Wenn du es jetzt, sobald du, sobald du das, genau. Du kannst es jetzt schon, sobald es irgendwie halbwegs, ach ne, du kannst es jetzt nicht sehen. Ja, ein bisschen musste noch, glaube ich. Aber es ist hier irgendwo unter mir. Jetzt, jetzt kannst du gucken. Jetzt kannst du snacken, jetzt kannst du snacken. Direkt unter dir. Snacken sind. Ich sehe es nicht. Und dann musst du ne ran. Noch eine. Die oben ist einer. Oh. Ich nehme auf. Ja, warte. Ähm, der hat draußen Dark Vision benutzt, die er nicht hat, logischerweise. Das heißt, das logische Konsequenz ist, dass er fallen sehen kann. Ah, jetzt kann ich. Er ist nix. Ich sehe. Ja, alles gut, alles gut. Ich sehe es. So, ich vermiehen hier drin Fässer. Obacht. Einfach schnappulieren. Ja, holst du nichts. Die haben sich eins genommen. Oh, sie haben sich beide genommen. Sie haben sich beide genommen. Oh, nee. Nicht fixi hart, Mann. Ah. Ja, stimmt. So weit habe ich gar nicht gedacht, siehst du. Äh, es wurde getrappt gerade draußen gesetzt. Die kommen nicht hinunter. Nee. Die wollen, die haben hier den schrägen Ausgang, haben sie oben getrappt. Ich glaube, ich höre um welche. Wir gehen aber nicht hoch, ja? Wir bleiben hier unten sitzen bis sie runterkommen. Das ist eine gute Idee. Das wird... Ach, nein. Ah, der Siegesmund. Ach, Siegesmund, grüß dich. Siegesmund, grüß dich. Ich glaube, ich höre um welche. Wir gehen aber nicht hoch, ja? Das ist eine gute Idee. Das glaube ich nicht. Da ist bestimmt niemand. Ach, Siegesmund, grüß dich. Hallo. Hallo. Habt ja oben, wer ist. Das muss man ja kurz vorstellen. So, wie machen wir das? Wo kommt ihr raus? Nee, die Frage ist, wo kommt ihr rein? Ähm. Jetzt haben wir natürlich noch mehr Angst. Wie lustig, oder? Geil. Ah, ja. Das klingt aber alles so, als wären die, als wären die hier so. Oder wollen wir teilen? Die können auch teilen, klar. Dann müssen wir natürlich einen von euch erschießen. Das ist ja kein Problem. Das stimmt. Deshalb müssen wir eigentlich auch nicht teilen. So, kräzt das nicht. Besser? Ja. Nur wenn ihr möchtet. Ja. Nee, lasst doch nicht teilen. Nur wenn ihr möchtet. So ein Angebot. Sag mal, Tina, hast du Angst vor denen, oder was? Die anderen beiden sind eher darauf aus, das 3 gegen 3 auszuspielen. Okay. Ich muss da aufpassen. Wir töten halt alle von euch, ne? Ich glaube, die anderen beiden sind eher darauf aus, das 3 gegen 3 auszuspielen. Aber ich geh jetzt auch hier weg, damit ihr nicht mehr wisst, wo ich stehe. Gutschuss und so, ne? Ditto. Nee, also getradet hätte ich mit denen nicht. Warum nicht? Nee, ich will ja irgendwie, ich will ja in sein Video kommen. Ja gut, die Frage ist, also ich glaube nicht, dass die runterkommen. Glaub ich nicht. Also ich habe da vorne so eine Trapping gestellt, so eine Bärenfalle. Also im Moment sind sie alle in dem hinteren Teil. Warte mal. Ich bin grad nicht sicher, ob ich hinter mir selbst gehört habe. Bin ich dumm? Ja, ein Team fehlt ja noch. Echt? Können sie auch mal ganz lieb fragen, ob sie schon ein anderes Team getötet haben? Ja, stimmt. Ich habe extra nochmal was gesagt, damit die Zuschauer meinen Namen sehen. Ich habe nochmal eine ganz kurze Frage. Würdet ihr mir die ganz kurz beantworten? Ja, schießt los. Habt ihr nicht zufällig ein anderes Team getötet? Ne, haben wir nicht. Wir sind hier rein, haben den Boss gemacht und haben noch keine Gegner gesehen. Okay. Danke für die Info. Aber ihr habt noch ein anderes Team oben bei euch. Also hier leuchtet zwischendurch. Ja, damit ihr die gleiche Info habt wie wir. Wir haben ein anderes Team getötet. Es gibt also nur noch ein anderes Team maximal außer uns. Nur damit wir alle auf dem gleichen Level der Informationsquellen wissen, was ich meine. Sehr schön. Danke dir. Okay, super, danke. Seid ihr zu zweit oder zu dritt? Wir sind zu zweit. Okay, dann gibt es in der Theorie natürlich noch ein Freiroutine. Ja, sag mal die Wahrheit. Lasst euch davon nicht beeinflussen. Sag die Wahrheit. Ja, sag mal die Wahrheit. Wir haben doch eben schon gesehen, dass ich gesprochen habe. Damit ihr Bescheid wisst. Ja, ich habe gelogen. Wir sind zu dritt. Die wollen alle die Wahrheit sagen hier. Ah, schade. Gut, gut, gut. Dann, ja, viel Spaß zu dritt da unten. Die fahren hier gerade den Farschen hoch. Warum auch immer. Jo, hau rein. Ich habe hier zwei Fallen entschärft übrigens. Es gibt also noch ein anderes Team. Und die sind zu dritt. Also, sie sind sehr ehrlich. Nachdem ich ehrlich war, sind sie auch sehr ehrlich. Hey. Schmeißt mich hier in den Kopf. Ich bin hier unten schon drin, ne? Falls einer mitkommen will. Hey. Hey. Ich weiß noch mal. Weg, 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 weg. Obacht. 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 Oh je. Wie. Haben wir das? Nein. Kannst du mich aufheben, Jan? Ja. Ich habe die nicht kommen hören, ne? Wo sind die denn? Ich habe einen getötet. Jetzt push da hinterher. Der hat eine Lanze. Genau. Hast du ihn schon, hast du ihn gekillt? Ich habe ihn einmal gehittet. Dann kannst du mich aufheben. Kannst du mich aufheben. Da brennt es gerade. Oh mein Gott. Jetzt nur. Verwachen. Ja, lass ihn nicht verbrennen. Nee. Ein aufkommen. Ich habe ihn getroffen. Und dann hatten sie es aber auch gerade oder so. Weg, 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 weg. Ich habe ihn angebrochen, glaube ich. Einer getroffen. Einer ist hoch. Nee, er hat angeschossen. Nee, er ist bei mir hoch. Ja. Einer ist bei mir hoch. Der kommt hier bei mir. Der kommt hier bei mir. Ich bin bei dir. Haben noch einen. Nein. Hat mich auch getradet. Getradet. Ja, ich komme. Jetzt musst du schnell rein. Jetzt musst du schnell rein. Äh. Achso. Du bist ganz hinten. Ja, oder du bleibst, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das so Typen... Ja, rein, 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 rein. Falle unten. Oh. Das kannst du übrigens beides gleichzeitig machen, ne? Stimmt. Also... Oh, was? Als ob deine zweite ist. Jetzt... Dann... Dann... Nee, Medipack. 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 Beides gleichzeitig. Komm doch wieder runter. Ich würd gern, aber das ist gerade echt schwierig. Aua. Ich bin tot. Ah. Er ist oben. Ja. Komm doch wieder runter. Ich hätte nur noch einen Balken. Ah. Aua. Ich bin tot. Ah. Ha. Ja, verdammt. Chaosbombe. Der kommt nicht mal Wasserseite. Oh. Einer tot? Ja, verdammt. Da habt ihr jetzt wohl gewonnen. Da habt ihr jetzt wohl gewonnen. Das ist jetzt... Drei gegen einen. Wenn sie jetzt nicht rauskommen, sind sie ja schon ein wenig lame. Oh mein Gott. Und da ist er draußen. Hab ich mich erschrocken, ey. Oh shit. Ey, nee, warte mal. Das ist das andere Team. Schon wieder. Ach nein. Ah, okay. Oh, Mann, ey. Hattet ihr jetzt mal geguckt? Sind noch welche da? Ja, zwei Mann nach oben. 105. Und einer Direktion. Die sind halt echt stark. Da wollen wir mal Wasserseite hochgehen. Ja, kommt gut. Also ich hab nur noch einen Balken. Ich würde... Geht ihr mal raus? Ich bleib hier drin. Ja. Erst mal. Vielleicht pushen sie ja hier rein irgendwie. Sind die hier? Nee, ne? Nein. Die sind Richtung 150. 150. Also in welchen da irgendwo? 150. Ich hab jetzt keine Sicht mehr. Was? Er redet wie so. Ah, der Siegesmond. Ah, ich bin tot. Ahhhh. Oh, geil. Alle drei vor mir. Okay. Äh, die sind in der Richtung. Hier. Südosten. Hier liegt ein Toter. Das ist der Bart, glaub ich. Oh, könnte ich den mal looten? Ich weiß es nicht. Das ist sehr gefährlich, den zu looten. Die steppen hier neben mir. Ja. Oh, dahinter war einer. Ich komm hier nicht raus. Ich hab einen. Hier ist eine Falle am Fass. Achtung, ne? Guck kurz. Ja. Zweimal da. Ja, schieß du mal deiner Pumpgun, du Vollidiot. Hab einen. Nice. Muss weg. Busch mich. Nein. Vogel. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr schön. Ich schlag erst die Pinnables weg. Mhm. Hä? Ich ruck mich, ruck mich. Dann raus. Das war eine freundliche Information an der Stelle. Wie bin es eigentlich? Uns haben gerade 1066 Zuschauer zugeschaut. Oh, nice. Habt ihr meinen Namen gesehen? Haha. Vielleicht hab ich auch ein bisschen Werbung gemacht für meinen Youtube-Kanal. Ja, weiß der weiß. Oh, das muss ich mir nachher unbedingt mal angucken. Kommentar hätte ich ganz gern gehört. Ja, ich auch. Mhm. Ey, mit nur einem Balken, ey. Schafft ihr das in 20 Sekunden? 25? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vielen Dank.